Hallo liebe Gäste, mein Name ist Helmut Haller, ich bin der Inhaber von Trattoria La Piazza und heiße Sie hiermit herzlich willkommen. Das La Piazza ist sehr familiär, wir haben Gäste von jung bis alt. Herzlich willkommen, wir sind das Gründel von La Piazza. Wir haben die typische italienische Hausmannskost, wir legen sehr viel Wert auf frische Ware und vor allem beim Fleischgericht, dass wir heimische Produkte verwenden. Wir bieten auch unsere Speisen saisongemäß an. Jetzt kann man gerade die Spargelzeit und dann, wenn die Pilzezeit kommt, Trüffel, den Herbst mit Wild. Wir haben Weine von Südtirol bis Sizilien, praktisch die ganze italienische Variante zur Verfügung. Angenehme Atmosphäre, sehr gutes Essen, man fühlt sich wohl hier. Sehr freundliche Bedienung, vor allem jetzt beim schönen Wetter, das ist ein Genuss draußen zu setzen. Ich bin Stammgast hier, weil mir das Essen sehr gut schmeckt und der Gasgarten im Sommer auch sehr schön zu benutzen ist. Und vor allem eben, weil das Essen gut ist, Bedienung ist freundlich, es passt alles wunderbar. Es ist sehr angenehm, dass man nicht nur auf eine feste Karte zurückgreifen muss, sondern dass es auf handgeschriebenen Karten immer ein gutes Tagesangebot gibt. Wir haben viele Desserts zur Auswahl, dann Tiramisu selbstverständlich auch ausgemacht. Im Sommer haben wir auch mehrere Strudel zur Auswahl. Und auf Wunsch machen wir auch Kaiserschmarrner ab, zwei Personen. Und auf Wunsch machen wir auch Kaiserschmarrner ab.